Willkommen beim Weekly Update von Xbox. Wie immer stellen wir dir alle neuen Spiele vor, die schon bald für Xbox One erhältlich sind. Just Dance 2020. Just Dance ist zurück. Der kultige Tanzspaß bringt mit 40 neuen Hits wie God Is A Woman von Ariana Grande oder High Hopes von Panic At The Disco die Tanzfläche zum Glühen. Dank verschiedener Genres sind Modi für jede Altersgruppe, darunter acht neue kinderfreundliche Songs für die jüngsten Spieler, ist Just Dance 2020 ein Partyspaß für die ganze Familie. The Elder Scrolls Online Dragonhold Die Zeit der Drachen ist angebrochen. Die riesige Welt von Elder Scrolls Online wird mit dem neuesten Story-DLC Dragonhold noch einmal größer und gefährlicher. Reise in das südliche Elsewhere, Stelle dich einer exotischen Wildnis, reaktiviere den antiken Dragon-Guard-Orden und setze der Bedrohung der Drachen endgültig ein Ende. Need for Speed Heat Gib tagsüber Gas und geh nachts aufs Ganze. In Need for Speed Heat stellst du dich einem packenden Racing-Erlebnis, nimmst es mit skrupellosen Cops auf und bahnt dir deinen Weg in die Street-Racing-Elite. Vorbesteller sichern sich den KS Edition Mitsubishi Lance Evolution X sowie eine exklusive Xbox One-Folierung. Vorbesteller f complainanten das passiert noch einmal mehr als auf. Vorbesteller fichern Vorbesteller fsing